Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich heute für euch einen weiteren Glam-Look. Und zwar habe ich dafür so ein schönes, schönes Lime-Grün benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera hier wirklich diese Farbe festhält, aber es ist so ein wunderschönes Lime-Green. Und ich habe das zusammen mit so einem goldenen Eyeliner zusammen gepackt oder gemacht, wie auch immer. Und es hatte mich auch jemand gefragt wegen dem goldenen Eyeliner von Kiko, wie ich den auftrage. Im Video werdet ihr sehen, dass ich den nicht nur einmal auftrage, weil dann wird er viel zu leicht und man sieht das nicht. Wenn ihr den einmal auftragt, kurz trocknen lasst, dann nochmal, nochmal trocknen lasst und dann nochmal, dann habt ihr ein mega, 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 super gutes Ergebnis. Ja, so habe ich das hinbekommen. Das werdet ihr auch im Video sehen. Natürlich auch nicht die tausend Male, wie ich früher gehe. Deswegen sage ich es jetzt schon mal und ich selber, ich bin verliebt in diesen Look und ich denke, ich werde das irgendwann mal rocken. Ich habe den jetzt hier geschminkt, nur für euch, denn ich gehe gleich ins Bett und ja, Struggle of a YouTuber. Ja, naja, gut, bevor ich zu viel quatsche, würde ich mal sagen, beginnen wir mit diesem Make-up-Look. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich mega darüber, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Ich freue mich, wenn ihr unten meinen Kanal abonniert und auch gerne kommentiert, wenn ihr möchtet. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit diesem wunderschönen Glam Lime Green Look. Und ja, dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video. Bye! Und ja, dann sehen wir uns einfach in diesem Video. Und ja, dann sehen wir uns einfach in diesem Video. Und ja, dann sehen wir uns einfach in diesem Video. Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, das war mein Make-up-Look. Ach, der ist mir so gut gelungen. Am liebsten würde ich das drauf lassen. Aber naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schminkt das auch mal nach. Wenn ihr Fragen zu irgendeinem Produkt noch habt oder sowas, dann tut euch keinen Zwang an. Kommentiert das Ganze unten in der Kommibox. Einfach unten kommentiert in der Kommibox und ich beantworte all eure Fragen. Wenn euch der Look gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst. Ich freue mich darüber, wenn ihr unten meinen Kanal abonniert und natürlich die Glocke nicht vergessen anzumachen. Direkt hinterher. Und dann würde ich mal sagen, seht ihr uns einfach mal in den nächsten Video, Leute. Peace.